Es hat Rums gemacht in Kiel am 11.07.23, nämlich bei der Sprengung des Kesselhauses, das wir hier sehen, vom alten Gemeinschaftskraftwerk. Es gibt ein neues Kraftwerk, das alte mit den Gebäuden muss weg. Nur ist es nicht alles so weg jetzt, wie man es sich gedacht hat. Da ist es explodiert, da rauscht es runter, aber rechts bleibt leider das Filtergebäude noch stehen. Macht aber nichts, deswegen gucken wir uns das trotzdem noch ein bisschen hier an. Mal ein bisschen unten schauen, wie es da explodiert und dann zusammenfällt mit einer wirklich beeindruckenden Staubwolke, die dann auch so über das Ostufer Kiels hinweggezogen ist. Und davor war ja sowieso alles abgesperrt und zwar nicht nur auf dem Land, sondern auch auf dem Wasser. Die Wasserschutzpolizei war kräftig dabei, immer mal wieder so Segler da rauszuholen, wobei es sowieso immer nur so bestimmte Zeitfenster gibt und gab, wann diese Sprengungen durchgeführt werden konnten, weil, während wir jetzt übrigens das Ganze nochmal in Zeitlupe sehen, dass es ja auch größere Schiffe gibt. Kreuzfahrtschiffe, große Fähren, die durch müssen an dieser Stelle. Ja, und die haben enge Zeitpläne. Und deswegen war es ein ziemliches Hin und Her, wann denn vielleicht die nächste Sprengung passieren sollte. Möglichst wollte man es am gleichen Tag machen, dann hieß es um 16 Uhr. Das, was wir hier sehen, war um 14.30 Uhr. Ja, und das hat dann wohl auch nicht hingehauen. Dann hieß es 17.40 Uhr. Im Endeffekt hat man es dann tatsächlich nochmal versucht, nämlich so gegen 18.40 Uhr. Aber wir werden gleich sehen, da gab es dann auch einfach nur Staubwolke. Aber erstmal gucken wir uns hier noch ein bisschen die Ursprungssprengung an, wie da der Dampf jetzt also hinwegzieht und jetzt das Ganze auch nochmal von der Ferne. Da sehen wir aber auch gleich das neue Kraftwerk. Das ist nämlich jetzt ein Gaskraftwerk, was wir bekommen haben. Das alte war ein Kohlekraftwerk und ist schon jetzt seit einiger Zeit außer Dienst. Man hatte auch schon, wenn ich jetzt mal die Wolke einfach ein bisschen im Zeitraffer weiterlaufen lasse, ein erstes Gebäude vor einiger Zeit gesprengt. Da war es auch schon zu einem Zwischenfall gekommen. Da war nämlich ein Teil davon tatsächlich in ein Wohnhaus eingeschlagen. Und zwar eins, das nicht evakuiert war. Da hatte man sich vertan wohl oder auf jeden Fall nicht mit der Wucht des Aufpralls gerechnet. Diesmal wollte man auf jeden Fall das nicht wieder haben. Hat also wirklich weiträumig abgesperrt. Ja, trotzdem kam es wieder leider zu einer Panne. Wobei für mich aus Leichensicht, ich habe keine Ahnung von Sprengungen, habe als Kind tatsächlich mal Feuerwerkskörper gezündet. Aber das gilt wahrscheinlich noch nicht als Fachkunde. Da vermute ich, dass es auch durchaus einen deutlichen Unterschied macht, ob man ein Betongebäude, vielleicht auch eine Brücke, zerbröseln lässt durch die Explosion. Ja, oder ob man wie hier ein Stahlgerüst zerlegen muss, was sich eben nicht zerbröselt, sondern eigentlich vor allem nur verbiegt. Ja, ich weiß nicht, ob es damit auch zusammenhängt. Auf jeden Fall war dieses Gebäude mit dem roten Teil rechts wirklich sehr hartnäckig und stand auch dann noch am Abend dieses Tages. Der Turm da rechts übrigens, der soll zu einem anderen Zeitpunkt gefällt werden. Also dem ist kein Vorwurf zu machen. Das ist übrigens nun das, was erstmal übrig geblieben ist. Gefaltetes Metall. Ja, und ein Gebäude, das einfach nicht einstürzen will. Aber man arbeitet dran, während wir jetzt hier die Ergebnisse des zweiten Versuchs dann am Abend des Dienstages sehen. Ja, und will man es jetzt am Mittwochvormittag nochmal versuchen, diese Träger da unten, die wir da sehen, irgendwie zum Einknicken zu bringen. Ja, sind wir mal gespannt. Ich werde es wahrscheinlich nicht nochmal mit der Kamera verfolgen können, weil ich muss ja auch irgendwann mal arbeiten. Und habe da schon viele Stunden jetzt am Wasser verbracht. Immer mit dem Blick auf den K&Ticker. Wann geht es weiter? Wann passiert wieder was? Ist an Spannung nicht zu überbieten. Aber leider, wie gesagt, nicht mit dem gewünschten Ergebnis. Ja, es wird schon noch andere Ansprengungen geben. Zum Beispiel den Turm. Ach, da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, ich kriege es mit. Jo, das so als kleine Einblicke sozusagen in Spektakuläres, was in Kiel so passierte. Wir sehen und hören uns. Bis bald. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss.